hallöchen freunde bei den crazy movie cats zu guten wie auch zur schlechten unterhaltung da sind wir endlich mal wieder nach ewig langen zeiten und da machen wir doch gleich wieder ein update ein kleines feines update wollte ich sagen mal so los jetzt hi leute da bin ich mal wieder nach ewig langen zeiten ich sehe gerade das naja egal ja ich habe mir neuen laptop gekauft und da ist da alles so ein bisschen neu mit windows 10 und so ein kram und da muss ich mal sehen ob ich da irgendwie mit den ganzen neuen programm zurechtkomme und deswegen weiß ich noch nicht wann ich das video hochlade wenn ihr seht so klar hey da bin ich wieder ja und ich habe ein kleines update diesmal bücher und eine serie als erstes ich war bei dem bücherladen meines vertrauens nein in dem ort meines vertrauens und da gibt es ein größeres kaufhaus und die haben eine größere bücherecke und da findet man allerhand interessante sachen und als erstes habe habe ich ein ja sag ich mal biografie oder so ähnlich oder ein teilabschnitt eines lebens und es ist von anna silvia kreide fressen es geht um missbrauch in der kindheit und essstörung und ja sowas interessiert mich eben und denn noch das buch neun tage wach von eric stehfest dem schauspielhaus gzsz und dem sieger von letztem jahr von let's dance keine ahnung und ja da geht es um seine drogenkarriere und hört sich gut an und das leben danach und dem entzug und so weiter und das hat mich auch interessiert mich interessieren eigentlich immer diese biografien sehr und die serie wie soll es anders sein wie soll es anders sein die vierte staffel von sherlock endlich im handel erhältlich letztens habe ich sie gesehen bei ARD was heißt gesehen nur irgendwie zwei teile und da habe ich gedacht auch scheiße ich muss sie haben ich muss sie haben sherlock ja das war mein kleines update und ich hoffe ich kriege das mit den schneiden oder filme reinsetzen in youtube und so weiter überhaupt erst mal hin hier das das und das ne also das war's das war's mal wieder ganz schnell zu guten wie auch zur schlechten unterhaltung eure crazy movie cat tante die sonne scheint und es ist wunderschönes wetter draußen so so hallo 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 na also so hallo nee scheiße und nun rede ich mal wieder voll hochdeutsch war nee also nochmal sei he ler sch kl sch Vielen Dank.